Um sich auf das Webinterface des Gen24 Plus zu verbinden, haben Sie zwei Möglichkeiten. Erstens, Sie verbinden sich mit einem Laptop mit einem Browser auf das Gerät. Hierfür öffnen Sie den Access Point am Gerät und verbinden sich dann mit Ihren Browser-Settings mit der SSID, fronius- und die Seriennummer des Geräts auf dieses Netzwerk. Das Passwort ist pro Gerät individuell und das Passwort, das Sie für Ihr Gerät benötigen, finden Sie auf der Seite am Typenschild. Hier ist es unter SSID Passwort abgedruckt. Damit haben Sie die Möglichkeit, sich direkt auf das Gerät zu verbinden und danach mit der IP-Adresse 192.168.250.181 sich auf das Gerät zu verbinden und mit dem Browser direkt darauf zuzugreifen. Die zweite Möglichkeit haben Sie mit unserer Solastart-App. Hier können Sie direkt in der App den QR-Code auf der Seite des Geräts am Typenschild scannen und sich damit auf den Access Point des Gen24 Plus verbinden. Oder Sie können auch manuell an Ihrem Smartphone die SSID und das unique Passwort auf der Seite des Geräts eingeben.